So, willkommen zu einem neuen Video und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ohne Kopfhörer aufnehme, lul. Ich habe eine neue Idee gehabt für ein neues Format. Neu ist jetzt Definitionssache, aber das gab es noch nicht auf meinem Kanal, würde ich mal behaupten. Nämlich, dieses Video endet, wenn... Zum Beispiel, dieses Video endet, wenn Monster Digga sagt. Korrekt, Digga. Und ich habe beschlossen, dieses Video endet, wenn ich sterbe. Und der Typ gibt ziemlich weirde Hits, aber ich glaube, ich sollte den Typ bekommen. Ja, also letzten Endes, ähm, es ist ein Till I Die. Es muss auch nicht zwangsweise das sein, dass ich sterbe, sondern halt einfach irgendwas. So, im Endeffekt, ähm, im Endeffekt hat der Typ ein leichtes Mittel an. Ich habe schon keinen Bock mehr auf den Typen. Ja, also, das ist, es kann halt, wie lange das Video dauert, ist sehr variabel. Aber der Typ war ziemlich east. Ähm, ja, also keine Ahnung. Der Typ drückt auch wieder, sehr interessant. Okay, der Typ hat an. Ich glaube, den lassen wir mal nicht zählen. Als Sonderregel, also wenn ich, ähm, irgendwie mache, bis ich sterbe oder sowas, würde ich sagen, nur bis ich versterbe. Und nicht, bis ich von einem Typen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen den verkacke, was nicht so unwahrscheinlich ist, dann zählt das. Was hat der Typ vor? Ähm, ja, also letzten Endes, wie gesagt, ähm, Tilla Die und Tilla Ferdai. Tilla Ferdai.